Runde 1! Offensivo! 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 1-0 Standkampf 1-0 Standkampf 1-0 Standkampf Jungs, Jungs, Jungs! Das war's für heute. Zeit für die Linie. Es läuft Abschnitt zwei. Es läuft Abschnitt zwei. Die Vorsitzende Anzeige gegen Timo Baruch. Erneute Andorat im Grundlage 2 zu 0, für noch gut zwei Minuten. Die Vorsitzende Anzeige gegen Timo Baruch. Die Vorsitzende Anzeige gegen Timo Baruch. Diesmal entziehen vom Kampf, somit zwei Wertungspunkte. Die Vorsitzende Anzeige gegen Timo Baruch. 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 Die Vorsitzende Anzeige gegen Timo Baruch.